Hallo Leute und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play That's Waze Ja hier ist jetzt irgendwas was auf uns wartet Ich hatte ehrlich gesagt mit etwas größerem und unangenehmer gerechnet Wie kannst du so viele Töne machen? Ha knuffig So da lang Ach wir müssen hoch Jetzt weiterhin eine Nebenaufgabe Ist nur hoch oder runter Hoch Ich nehme an wir sind Ebene 1 und Ebene 2 Achtung bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert Ein zuständiger Techniker wurde informiert Äh ja leider nur tot Oder kommt her Als Toter Necromov Who knows Hallo Hallo Kommt hier in Credits Hydro Steuerung zu der Klöffel autorisiert Das kann sein Was? Was? Wer war das? War das nicht die Freundin von Isaac? Giftgasefiech Adieu 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 Was? Ach's olle Ah ne Die vier hier sind scheiße Wird schnell stoppen bevor sie mehr machen Und mit zwei von denen würde ich's echt nichts zu tun haben das war dann noch weiter hoch das hier zu die kala zu der verursicht wir können aber es sei gesagt die klinik für das zweite auf dann ist sie für einmal kurz So, dann hier, tödliche Hingabe. Lass mal Cutter rausnehmen. Hallo, du. Das ist alles. Aber ich bin mal lieber vorsichtig. Ja, wahrscheinlich expedient, wenn wir direkt da werden. Noch so einer. Amt her. Alter, ganz ehrlich, machen sie ja nur noch, dass sie nichts mehr eigentlich machen. Ist das jetzt den Munitionsmangel unterstreichen, oder was? Äh, schwererlos. So, warning. The refrig... ...recaus a cold temperature, zero G environment. Do not enter without a proper protection suit and gravity boots. Ja, refriguration, oder wie es auch immer heißt. Eintritt, Schwerelosigkeit. Ende der Schwerelosigkeit. Eintritt, Schwerelosigkeit. So. Wie sieht's denn aus, Ladies? Gibt mir da damage? Nein. Wer macht denn bitte schon eine Decke stachel? Was interessantes da rum? Danke. Nö, scheint nicht so zu sein. Ich weiß immer, dass ich wer läuft. Du, 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 du... Wolange? Steig drüber. So. So. Wie kann ich's öffnen? Ach so. Tja, der nebengesprungen, Bitch. Ich seh dich leider nicht, war. Das ist echt, die sind nur in der Gefahr, weil man die sie nicht sieht. Mehr nicht. So. Ähm. Nein. Da. So. Wir laufen jetzt. Wir laufen, glaube ich, in der Decke. Los, Step. Ja, wir laufen in der Decke. Nein, was? Da. So, und jetzt. Und wieder zur Seite gehen. Nicht? Just go on the other side. Wo? So. Kleines. Richtig rumstellen. Irgendwie gefährlich sind die wirklich. Filterungskamera. Achtung. Extreme Hitze. Luftfilterungskamera. Deswegen gehen wir auch noch nicht rein. Müssen wir aber. Super. Hallo? Hallo, Security. Ach, Gott sei Dank. Hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche, Second Engineer Jacob's Tempel zu orten. Komm aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Moroil, der fängt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? 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 Ich kann euch garantieren, das wird unangenehm. Mit welcher Richtung müssen wir da lang? Geh auf. Komm mal. Ich schupps jetzt doch hier nicht rein. Nein. Hat der Arsch uns hier erstmal reingeschuppst? Verdammt. Hätte der uns nicht reingeschuppst, der wäre ganz locker durchgekommen. So. Man hätte nicht irgendwie die Tür aufbrechen können oder so auf der anderen Seite. Wäre zu einfach gewesen. Jetzt würde ich gerne Medikas haben. Danke. Kommst, wie gerufen. Benutzen. Benutzen. Crabz. Energieknoten. Haben wir jetzt alles erledigt hier? Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020